dann gehen wir mal zum Camp das du gefunden hast also Camp das 2 1 Zelt 8,9 Zelt nicht nur 2 Zelt das ist wieder nicht gelootet mein Gott muss man dir denn alles erklären Loot und Level darum geht's doch mhm hier ist nichts aber da oben ist ich glaube ein Weg zum Anfang ja zum Anfang okay das heißt wir lupen hier das heißt wir können einmal runter gehen okay haben wir aufgeladen haben das Zelt abgebaut das ist mein Stuhlsammler wenn man das Zelt ja auch so super selten findet ich habe schon 6 Stühle jetzt haben wir jetzt Stühle schön ich warte bis der Käfer hier hochgeklettert ist da sind noch Stühle hier ist noch weiter gesund hier ist irgendwas da ist das hier ist ein großer Batzen hier ist ein Lichtdinger eine Lampe eine Bausteinlampe ja das Lichtdings von uns nennt man Lampe und ich glaube wir sind durch mit der Hölle Meister die Möbel haben wir noch nicht besiegt äh ja mit der Hölle ich wollte jetzt sagen dass wir den Buskampf machen und dann weiter erkunden können ich werde hier gerade von dem Parler ich habe mir das dann gekillt keine Sorge ich lup mal eben hoch zu dir also einmal hier lang ah da hast du dich durchgebaut schon sehr schön äh ich habe doch Medipacks mit ich bin doch blöd Medipack, wo habe ich die hier ich bin tot, ich bin so gut wie tot keine Sorge ich bin kurz so unter dem Maulwurf du musst mein Zeug mit holen ich bin tot wieso, sie spawnt doch nicht au geh mal dorthin ich bin nicht tot ich lebe nicht nein ey, Käfer hier ich dachte er wäre tot das ist meine Medipacks dort oben in meiner Stuhlsammlung Kiste nicht gelotet Kiste nicht gelotet wo ist meine Stuhlsammlung hier war sie keine Ahnung hier war sie was sagt das hier ich hab von mir aus dieser Höhle sehr, sehr stark los ein paar Fackeln wären mir nicht schlecht ein paar Fackeln dort oben ups ah da sind alle Monster dort oben der Kisten mehr Medipacks lass mir ein paar abgeben ich schlafe da mal im Zelt was hab ich denn jetzt mittlerweile alles so im Inventar ich hab so ziemlich gar nix mehr ah puh, mein Stuhl ist am raus ich bin da sehr, sehr stark werden ich hab ne ich hab ne Kupferpickaxe für dich wenn du eine brauchst die würde ich nehmen ja, hast du Essen? ich hab dir auch nichts cool, dann mach ich einfach mal ich hab Stühle ich hab mal Tomaten gebacken ey, du wirst angegriffen alles gut, ich hab sehr viel Leben ich nicht der macht nicht viel Schaden ich bin fast tot schon wieder ja schade, dass die Immun gegen Gift sind uuuh Venom Sample noch eine gefunden nice mhm äh, okay hier sind wir in Falsch anscheinend das heißt, wir gehen mal zurück ah ja, klar wollen wir den Baustellenscheinwerfer mitnehmen? mal wirf was oben nimm mit ich hab den Baustellenscheinwerfer mitgenommen ich nehm Stühle mit hier waren wir offensichtlich noch nicht oh ja nice ich hab glaub ich was richtig fest gefunden gerade gib her du kannst den Hammer wieder haben glaub ich ne, den Hammer will ich nicht du hast ne Koppe, äh, äh, du hast, du hast gesagt, du hast ne Spitzhacken für mich äh, ja, die hab ich irgendwann anscheinend aufgesammelt in meinem Lootwaren ich pack's mal eben in die, äh, Dings Eisenkiste so und hier hier Spitzhacken 4,4 und der macht ja ja ja, außerdem ich meine, es ist signifikant schlechter als der Hammer, aber guck dir die Waffe mal an äh, wie kann ich denn wie kann ich die Copper Pickaxe ausrüsten? indem du es oben in die Quickbar ziehst aber die kann ich wirst ja ersetzen durch die andere äh nein, das in der Mitte ist dein Tool das kannst du nicht ersetzen ah, okay nur am Rand, die Sachen ein paar Stühle zwölf also dicker Maulwurf wollen wir, oder wollen wir nicht? warte kurz, ich geh ihn noch auf mein Schiff umbringen ich würd gern mein Zeug hochbringen Moment, ich hab doch Bomben yo, okay, Bomben sind effektiv ich würd mein Zeug um gern verlieren, ich würd meine Stuhlsammlung gern noch behalten die Stuhlsammlung verlierst du nicht, du verlierst nur Ressourcen okay, na dann Moment, ich warte bis er wiederkommt oh ja, lock ihn an, lock ihn an lock ihn an ich hab nämlich Wurfwaffen komm her komm her ganz ehrlich, wenn ich eine Sache in deinem Land zwei gelernt hab, dann Wurfwaffen sind awesome ich helf nicht an ich bin tot ich habe einen Sorge, er brennt ich habe einen Sorge, er brennt ich habe einen Sorge, er brennt ich habe eine Stuhlsammlung noch mit, oder? ja meine Stuhlsammlung der brennt glaube ich tot, oder? ja, er brennt tot jetzt noch die kleinen und warte bis es ausgeht, so ich nehme mal eben dein Zeug dann ist es sicher das Wichtigste habe ich hier ja, die Stühle sind noch da, ich weiß mehr Medikits mehr Medikits nicht mehr ich genieße halt das Spiel so wie man sollte ne 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 ne, finde ich ist es nur Minecraft 2, oder? hm hm schade da passt nicht mehr hier drauf mehr Loot mehr Loot noch mehr Loot es gibt mehr was aufgeben sehr viel mehr Loot mehr Loot so Stuhlsammlung ist ausgestellt 9 Silver Pickachs Nein, würde ich gerade aufheben. Oh, ich esse mal eben die backene Tomaten. Nochmal. Nochmal. Ich habe einen Pendleton-Modul. Oh, nice. Willst du eigentlich so schwer, dass ich gerade in der Hand habe? Ja, das sieht aus. Ja, das ist nämlich scheiße. Ich mag die dicken Waffen lieber. Nehmen wir die dicke Kiste hier. Dann kannst du's haben. Kommst du? Ich loot hier nur ein bisschen. Iron-Oar habe ich gefunden. Gold-Oar. Ja, cool. Oh, Bomben. Bomben sind nice. Kommst du gerade? Dein Schwert liegt hier. In der dicken. Oh, Schwert. Beziehungsweise, es ist mehr ein Speer vom Angriffsmuster her. Ja, aber. Ist ganz cool. Ja. Äh. Ja. Ist zumindest stärker als der Dolch und schneller als der Hammer. Also genau das, was du eigentlich brauchst. Exakt. Ich habe ein Lunar Base Crate. Uh. Unlocks. Unlocks the Lunar Base Crate. Crafting Schematic. Oh, ich habe was sehr relevantes hier. Crafting Schematic. Nice. Luna Base. Ich habe so für eine Lunar Base und was. Cool. Genau deshalb sollte man das Spiel auch spielen, wie es gemeint ist. Und nicht einfach nur ein fucking Haus bauen. Bevor man was freigeschaltet hat. Uh. Was ist das? Uh. Was ist das? Ich glaube, was cool ist. Ich habe hier nichts. Ähm. Frag mal sieben. Zwei. Das heißt, das ist relativ schnell sogar. Yo. Oh. Eis sterben. Ich habe einen Blueprint für eine Lunar Base. Wo, wo. Was machen wir damit? Ich habe keine Ahnung. Oh, Stühle. Nein, ich habe schon welche. Ich habe schon genügt. Passt gar nichts mehr auf dem Raumschiff. So. Kannst du haben. Ja, Pixels. Schade. Okay, dann haben wir den Teil auch durchgekundet. Hier geht es noch weiter. Äh. Ja, aber nicht offiziell. Das ist nur zufällig reingepackt. Beziehungsweise reingeneriert worden. Hier geht es wieder hoch. Ups. Eins von meinen 62... ...Heilteilen. Na, ich verricke hier sowieso immer nur. Jo, okay. Das Eisschwell ist echt cool. Das mag ich. Das freut mich. Ich habe ein richtiges Camp. Ich habe hier ein paar Gegner. Das ist ein gute Schwert. Mach sie fertig. Das sind hartgegner. Es gibt harte Gegner in dem Spiel. Nein, wirklich. Hier gibt es Fische. Nein, die machen mich alle. Ich habe nur noch ein Leben. Das ist hier ein bisschen... Aber es zählt. Oh, ich habe hier glaube ich etwas Specialiges gefunden. Na toll, du findest hier ganz spezielle Sachen. Ja, es tut mir leid, dass ich scheinbar gar nicht so schlecht in dem Spiel bin. Ach, Menno. Oh, es war nur dieses Heilding, was wir schon kennen. Schade. Du und dein Heildinger. Ja, wie gesagt, ich spiele taktisch. Halbwegs. Ich lag mich gerade auf. Ich habe nur wenigstens einen Weg an die Oberfläche gefunden. Falls du... Ich habe glaube ich eine richtig coole Kiste gefunden. Yo, das ist eine coole Kiste. Ein weiteres Musikinstrument. Na toll. Was ist es für eins? Kann ich dir zeigen, sobald ich hier raus bin. Ich habe nur die blöde Trommel. Ich glaube, es ist eine Panflöte. Okay, da spreche ich nicht. Ich habe nur eine Trommel. Da kann ich auch machen. Oh, ich habe einen Katzengeist hier. Wenn du mir die Panflöte nochmal abgibst, dann können wir mal anständig musizieren. Ja, ich habe... Warum gibt es Katzengeister? Das ist ja voll eklig. Wenn du jetzt sagst, weil du wahrscheinlich Katzen gestorben sind, dann schlag ich dich. Weil wahrscheinlich Katzen gestorben sind? Ja, 10 Pixels. Ich habe den Weg nach draußen. Äh, ich auch. Glaube ich. Also ich weiß es, dass ich den Weg nach draußen habe. Ich gehe gerade da durch, nach draußen. Es regnet draußen, natürlich. Ich höre es. Was sonst? Ich habe hier auch gerade die Mutter aller Pflanzenmonster. Mhm. Ich bin hier wieder im Blumenbiom. Ich glaube ich auch. Oh Gott. Es bohrt! Okay, wo steckst du? In einer Höhle. Ich nicht. Mit einer bohrenden Rübe. Die echt viel Schaden macht. Nicht so viel wie sie sollte, aber... Ich bin auch wieder so ein Wichser. Verdammt. Okay, das ist schnell eskaliert. Ich habe hier eine bohrende Rübe. Ich habe hier auch so einen Wichser. Mhm. Ist doch so. Die folgen nur ihrem natürlich einprogrammierten Instinkt. Oh, ein kleiner Florepilzer. Ich pflück dir ein paar Blumen. Keine Sorge. Ich habe Planfreiheit mehr als genug. Das heißt, ich habe mehr als genug Medikids. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, wie wir die Basis machen sollen. Ich hätte nur Luna Rays, falls wir da... eine Raupause für. Ich weiß nicht mal, wie man die Blu-Pins benutzt. Wir finden was raus. Kommst mal auf meine Raumstation, dann kann ich das... Ich will da mal gucken. Gleich, ich kann mich jetzt gerade momentan nicht porten. Ich sterbe hier gerade. Ich sterbe hier gerade. Sonst noch irgendwelche ungewöhnlichen Vorkommnisse? Also etwas, was wir nicht schon kennen? Eine Brücke habe ich hier. Okay, jetzt kann ich mich hochbeamen. Alles klar, ich bin plötzlich bei mir gelandet. Was? So. Ich bin mich mal zu deinem Schiff. Mach das. Bin anwesend. Ja, meine Stuhlsammlung. Staune. Schön. Ich kann jetzt mal gucken. Oh, die Wandflöte. Gib her. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich an ist. Nehmen wir einfach mal... Sieht so aus. Das hier. Nein, das ist was anderes und es klingt super. Ich habe nur diese blöde Trommel. Hast du Kisten hier? Äh, nö. Aber du hast doch welche. Kannst du aufbauen. Ne, ist kein Platz mehr. Ich habe keine Kisten mitgenommen. Warte. Ich habe irgendwelche Kisten angesammelt. Weapon Chests. Ach, hier habe ich Fächer. Äh. Ist bloß kein Platz mehr hier. So schnell stühlen. Alles klar. Wir gehen einfach kurz zur Welt. Wir haben ja da so eine Art Basis. So schnell stühlen. Alles klar. Wo bist du? Ich habe mich gerade zu dir gebaut. Ich bin auf der Welt. Ich gehe jetzt gerade in die Basis rein. Ah, hier. Das Haus. Ja. Da muss man nur mal eine Kiste hinbauen. Ich stehe eine Kiste aufs Dach. Ich habe fünf Kisten. Ich habe fünf Kisten. Sehr schön. Stuhl. Machst du jetzt mal eine Tür hier rein? Mach du doch. Habe ich gerade. Sieht richtig scheiße aus. Hier ist eine Kiste. Such deine aus. Moment. Oh, die kann man nutzen, um hochzuhüpfen. Die Fenster. Das Ausgucken nutzen. Hübsch. Ja. Wir haben noch zehn Tage voll. Ab links. Okay. Äh. Ja, Kiste. Ich packe mal in die unterste. Das andere Musik-Ding. Äh. Ja, Kiste. Hier. Bitte. Ich habe eine Harfe? Du hast eine Harfe? Ich habe offensichtlich eine Harfe. Okay. Und welche Kiste ist das Musik-Dings? Hier. Ja, ganz unten. Du kannst auch das andere noch haben. Ich habe das andere auch noch in die untere Kiste gehängt. Ich habe jetzt ja offensichtlich eine Harfe. Okay. Was habe ich hier? Oh, die Pantflöte. Oh, Mozart. Ist das jetzt die Pantflöte? Ja. Du hast beides. Ja. 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 Gar kein nerviges Lied. Nö. Ja, aber ich glaube wir sind gut genug ausgerüstet, um die so fucking Basis zu machen, die wir haben. Ja. Ich kann Goldbarren machen. Ich glaube ich mache mal Goldbarren. Mach das. Ich habe Goldbarren gemacht. Teddybär, den brauchen wir. Äh, was brauchen wir dafür? Wurden Fabrik und Cottonwool. Ach das kann ich. Ist irgendwie so ein Ding. Das klingt wie so ein... Das klingt wie so ein Xylophon Zeugs. Das ist ja blöd. Okay, wir wissen jetzt was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall... Das ist die Nervflug. Äh, ich würde sagen aber wir machen mal die andere Basis, damit wir auf andere Planeten dann kommen, oder? Irgendwann müssen wir noch die Trompete finden, die wird dann richtig nervig. Ja, also ich... Ich würde mich jetzt schon mal wirklich zu der... Äh, Biene da... Ich kenne das noch aus dem Display von... Von Kronke und Dominator. Das war die Trompete wirklich nervtötend. Das habe ich nie gesehen. Dann warte ich drauf, das war die Trompete von... Äh... Kannst du hier ein Lagerfeuer reinsetzen gerade? Ich habe alle meine Lagerfeuer in der Basis abgelegt. Ich habe mich gerade Hunger und ich habe Essen, aber ich habe nichts zu essen. Ich habe einfach 99 Wurfpfeile. Warte, ich habe noch 6 Lagerfeuer. Wo soll ich jetzt hinstellen? Äh, irgendwo. Wo Platz ist. Hm, hier wäre eins. Dann packen. Dann haben wir alles wichtige hier. Ja, ein Steak kann ich mehr machen. Wunderbar. Ich bin schon Ewigkeiten nicht mehr gestorben. Okay, dann würde ich sagen, ähm... Ich würde mich dann auf die Mining Facility wieder porten. Jetzt müssten wir ja stark genug sein. Okay. Eigentlich. Ich komme zu dir. Ich bin mir sicher, wir sind nicht so stark. Ich glaube ehrlich gesagt schon. Wir haben... Jetzt meine Stimmung ein bisschen auf. Ich kann jetzt ausweichen. Das passt. Ich habe ein Eisschwert, also... Ich bin eigentlich zufrieden. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe scheiß viele Wurfwaffen. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Ich habe ein bisschen zufrieden. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich bin einfach... Du hast doch diese Hunting Spears oder wie die hießen, oder? Ja Die sind lächerlich stark Okay, da kommen wir nicht durch Aber hier kommen wir durch Ich weiß bloß nicht, wie man die Hunting Spears wirft Mit Linksklick, so wie alles andere auch Oh nein Okay, Medi-Kits Was ist denn der Kiste? Nix, ist leer Ne, aber ernsthaft, war vielleicht ein wichtiges Item Ich weiß es nicht, wie es in diesen Story-Welten ist Die Sache uns nicht nervt Ich höre hier nur Battle-Musik Beziehungsweise das Team von der Station Das kann doch nicht sein Du nervst nur dich selbst Ich höre Jingle Bears Ich nicht, okay, hier ist potenziell Oh, Lunar Base Lockers Das habe ich doch schon Ne, du hast die Lunar Base irgendwas anderes Hab's durchgespielt Oh, ich glaube, die Kristalle brauchen wir Ja, die Kristalle brauchen wir Dann sammeln wir mal einen Ich versuche zu kämpfen Und mein Warf ist scheiß gegen die Ne, ich bin tot Ich glaube, die können wir noch gar nicht einsammeln Gerade zumindest nicht hiermit Okay, habe ich da unten irgendwas verloren, oder? Nein, zack, ja So, komm zu mir Porte dich zu mir Ich porte mich zu dir Alles klar, ich hatte die falsche Waffe ausgewählt Okay, die können wir wirklich nicht einsammeln, glaube ich Ne, ich glaube, wir müssen erst etwas Direktivieren, Fragezeichen Oder aktivieren Oh, hier ist ein Minenarbeiter Hast ein Medikid für mich, ich bin tot Ich bin fast tot, wenn ich Hast du schon alle 15 benutzt? Ne, ich habe es irgendwie verloren Das ist Ich weiß nicht, woran das liegt Oh, ja, ich habe ja dein Zeug eingesammelt Zwischendurch Ich habe irgendwie gerade meine Waffen weggeschmissen Warum auch immer Hast du Plant Fibers? You wish I'd never taken this job Das ist depressiv, deprimierend Kannst du mal hier ein paar Medikids in die Kiste tun? In die oberen Kiste Ich mache gerade sowieso 20 neue Ich habe keine Plans, Dinger Deswegen musst du mit mir das hier Alles klar, ich mache es in die oberste Kiste Das könnte aber eine Weile dauern Mach das So, Moment Ich gucke mal eben, wie kann man Items splitten Starbomb-Split-Items Shift und Right-Click, aha Das klingt blöd So, 24 sind einmal da drin In der obersten Kiste Nice Okay, würde ich sagen Next Warte, ich muss mich gerade mal heilen Keine Sorge Ich gehe hier schon vor Na Jawohl Das ist ja nervig Das ist ja nervig Wo bist du runtergegangen? Wo bist du runtergegangen? Posten, einfach zu mir Links oder rechts oder? Einfach zu mir porten Oh, Lunar Base Crate. Da hab ich doch auch schon eins von einem gesammelt. Bandages. Nice. Ich hab so eine blaue Pause gehabt. Ja, die hab ich auch gerade gefunden, aber alle anderen. Spannende Musik im Hintergrund. Hörst du die wirklich nicht, die Musik? Nein. Ich hör wirklich nur Battle Theme. Sehr seltsam. Ich glaub, es ist so gedacht, damit du hier die Stimmung nicht killen kannst. Also speziell du. Es wurde extra für dich entwickelt. So. Das ist eine normale Stimmung nur noch. Hier sind noch ein paar. Ja, ja, keine Sorge. Die springen gerne mal in ihren Tod. Ich bin noch zu schwach dafür. Nämlich kriegen die sofort. Mich auch. Du musst halt ausweichen. Das konnte ich noch nie. Und keinem Video spielen. Ja, du hast ja auch den Dash nicht mitgenommen. Weil du schweigst, Quests zu machen. So, mir geht aber langsam die Pfeile und alles raus. Ich mein, ist es noch nicht dramatisch? Ich hab noch 10 Dinger hier, so 10 Hunting Spears. Das heißt, du hast 5 Kills, wenn du halbwegs braunbar wirfst. Also kein Endzinger. Ja, ziemlich. Überrasch. Ich muss mal kurz gucken, kann ich irgendwas... Nein, kann ich... Ich kann halt überhaupt nichts machen. Das ist ein Dinger. Untertitelung des ZDF, 2020